liebe freunde der freiheit ich wünsche euch einen guten start in ein gesundes neues und für uns alle hoffentlich sehr erfolgreiches neues jahr ich bin zum auftakt zum jahresauftakt heute nach bautzen zur mahnwache gefahren und habe die chance genutzt dass in dresden noch pause ist um die bauten hier mal wieder zu unterstützen ja aber müssen wir natürlich nicht lange pause schon nächsten montag geht es noch wieder los im neuen jahr oder weiter mit dem dort auch und zwar diesmal gleich mit uns folgen ihr wisst es ja schon der tag des widerstandes es wird dort einen großen protest mit den spediteuren und handwerker geben und ich freue mich drauf und hoffe natürlich dass ihr alle dabei sein wenn ich zusammenbinden könnte auch ein lied singen oder davon genau also tiere